Hallo, fragen Sie sich folgendes? Mögen Sie sinnlose Meetings? Nein? Nun, wir auch nicht. Eine effiziente Zusammenarbeit ist wichtiger denn je und ein moderner Arbeitsplatz hat einen großen Einfluss darauf. C-Touch bietet Ihnen einen interaktiven Touchscreen, der für alle Arten von Meetings geeignet ist. Und wie? Mit unseren innovativen Bricks-Lösungen. Jeder Bricks, den Sie in unseren Touchscreen integrieren, liefert eine interaktive Zusammenarbeit, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Moment mal, was? Höre ich Sie denken? Nun, ein Meetingraum kann alle möglichen Zwecke haben. Sie können ihn verwenden als Sitzungsraum, Huddle Space, Zoom Raum, Teams Raum, Fokuszimmer, Brainstormzimmer, Badezimmer, äh, ups, vergaß das zu löschen. Und je nach Zweck benötigen Sie möglicherweise die umfangreichsten Funktionen auf Ihrem interaktiven Touchscreen. Oder vielleicht sind nur wesentliche Funktionen wie Whiteboarding und Bildschirmfreigabe im Moment ausreichend. Nun, warum sollten Sie für Funktionen zahlen, die Sie erst in zwei Jahren oder niemals nutzen werden? Es ist wie beim Autokauf, wenn man nur ein Fahrrad braucht. Tada! Bricks von C-Touch. Aber wie funktioniert das? Wählen Sie die Bricks-Lösung, die Ihren aktuellen Bedürfnissen entspricht. Kombinieren Sie den Bricks mit einem C-Touch-Touchscreen Ihrer Wahl. Und boom! Sie sind bereit! Keine sinnlosen Meetings mehr. Wenn Sie Ihre Bedürfnisse ändern oder Ihr Unternehmen wächst, wählen Sie einen größeren Bricks. Auf diese Weise erhalten Sie mehr Funktionalität auf demselben interaktiven Touchscreen. Sogar mit der gleichen Benutzeroberfläche. Und da Sie keine Hardware wegwerfen, tragen Sie auch zu einem nachhaltigeren Arbeitsplatz bei. Und machen Sie die Welt ein bisschen grüner. Ziemlich heiß, nicht wahr? Ja, wir finden es auch sehr cool. Besuchen Sie ctouch.eu und entdecken Sie unsere Bricks-Lösungen. C-Touch. The Power to Engage.